Herr Baumschlager, was ist passiert? Ja, gestern in den Vormittagsstunden wurde eben in einem Park in Wiener Neustadt eine weibliche Leiche aufgefunden. Die war in einem Gebüsch abgelegt und mit Blättern und Ästen bedeckt. Und aufgrund der Auffindungssituation war von einem Gewaltverbrechen auszugehen, weshalb die Amtshandlung auch vom Landeskriminalamt Niederösterreich Mord- und Tatortgruppe übernommen wurde. Ja, weiß man denn schon, wie sie ermordet wurde? Also bei dem Opfer handelt es sich um eine 16-jährige Österreicherin aus Wiener Neustadt. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat eine Obduktion angeordnet, die gestern Abend noch durchgeführt worden ist. Und dies gab eben einen Tod durch Ersticken. Also die Tathandlung erfolgte offensichtlich durch Erwürgen des Opfers. Ein junger Mann aus Syrien wurde gefasst. Ist er geständig? Ja, im Zuge der Ermittlungen ist der Verdachtsmoment auf den Ex-Freund dieser 16-Jährigen gekommen. Und unsere Ermittler haben hier auch dann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in der Neustadt Lichtbild veröffentlicht. Aufgrund eben der medialen Berichterstattung sind dann mehrere Hinweise zum Aufenthaltsort des Beschuldigten eingelangt, die dann aber auch sehr rasch und intensiv von uns abgeklärt worden sind. Und im Zuge dessen wurde eben der 19-jährige Tatverdächtige in den späten Abendstunden gestern von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, das ist eine Gruppe des Landeskriminalamts Niederösterreich, in Wien festgenommen. Es kursiert ja auch das Gerücht, dass es eine Anzeige wegen einem sexuellen Übergriff gab. Können Sie das bestätigen? Die Einvernahme des Beschuldigten erfolgt jetzt statt, erfolgt jetzt. Das heißt, ab den Morgenstunden wird dieser Tatverdächtige einvernommen. Wir erwarten uns gegen Mittag dann den Abschlussbericht des Landeskriminalamts und dann kann ich Ihnen weitere Auskünfte erteilen. Wie wird es denn jetzt ungefähr weitergehen? Er wird jetzt einvernommen. Es gibt dann Kontaktaufnahmen mit der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, die dann die weiteren Verfügungen trifft, was auch dann auch die Pressearbeit betrifft. Wie gesagt, wir warten jetzt auf das Ergebnis dieser Einvernahme. Es ist mir aber ein Bedürfnis, dass ich mich ausdrücklich an dieser Stelle dafür bedanke, dass wir eben von der Bevölkerung bei Straftaten immer wieder Hinweise bekommen und das führt, so wie man in diesem Fall das wieder deutlich sieht, gemeinsam rasch zum Erfolg und darum danke für Ihren Hinweis, den wir bei Straftaten erhalten.